Unter mit der Antenne und laufen den nächsten einfach wieder hoch. Hier unten ist noch eine Straße, die so rindführt ins Landesinnere. Richtung links, da auch Westen. Guck mal, hier geht's in Westen. Keine Kontrollen. Jo, ist alles offen hier. Super, da geh ich doch gleich mal in Metermarkt. Ich kaufe mein Videorekorder. Videorekorder. Von Sony. Videorekorder. Sony, Videorekorder. Von Blaufund. Videorekorder. Ich hab ein Handy von Samsung. Neu, neu, neu. Top aktuell, Samsung. Samsung. Wadda, wadda. Wadda, Wadda. Hatda, Dada, Dada. So. Hatda, Dada, Dada. Ey, man rutscht schon der Arm wie vom W laufen, Alter. Was? Drückst du W mit dem Arm? Ich hab wohl einen Schwinds-Hafelfeld in den Ellenbund. Das müssen wir alles ausprobieren. Voll akkurat. Hinter uns ist ein Zombie. Hinter uns ist ein Zombie. Lass mal den Zombie. Der kommt doch da gar nicht hoch. Wir sind bei dem Apfelfeld, wo Danny vorhin war. Falls Danny das deuten kann irgendwie. Was so schön eingezäunt ist auch, ne? Oh, hier ist ne Stadt. Ja, ich glaube. Wo sind wir denn? Ist doch gleich bei einem Haus daneben, oder nicht? Wo ist ein Zombie? Ist das Apfelfeld nicht genau neben dem grünen Haus? Ne, daneben, da kommt doch eins im Wald so versteckt. Oh, bitte nicht wieder das grüne Haus. Ne, lass uns nicht mehr über das grüne Haus reden. Ne, ne. Ich hab's verdrängt. Oh, jetzt kommt's wieder. So, jetzt sind wir bei der Fabrik eigentlich. Immer wieder, immer wieder mit. Wie unten? Im Tal bei der Fabrik? Ja, so halb. Auf Hälfte unten im Tal bei der Fabrik. Okay, von halb. Und vielleicht noch 400-500 Meter bis zur Fabrik nördlich. Dann warte da einfach mal. Die Fabrik ist jetzt wirklich das nächste, was bei uns kommt. Warte da! 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 Aufpasst, der Zombie da! Was steht da drauf? Zombies! Überall Zombies! Wurde weggeballert. Guck mal, sieht nass aus! Tote Warte! Matanfall, da ging mal Jesus! Matahari! Susa! Matahari! Sussab! 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 Warte! Sussab! Ssab! Oh